Dann machen wir uns auf den Weg zum bröckeligen Krater. Kraterlaterna. Warum ist die Kraterlaterna gewählt, Freunde? Das geht so nicht. Ich wollte den bröckeligen Krater. Ach ja, der bröckelige Krater war ja innen mächtig hohl. Und wir hatten ja arge Probleme. Also ich meine, wir hüpfen ja dann. Der ist ja quasi ein Schnellreiseportel. Wir müssen bestimmt hier irgendwie an sowas ran. Heiliger Scheiß, was sind wir denn hier? Nein, oh, ah! Das war nicht allzu schlau, mein Freund. Macht nichts, nichts passiert. Auftanken können wir nicht. Anzug nehmen, jetzt können wir auch den Anzug auftanken. Gesundheit und Treibstoffe voll. Gut, schön. Raus hier, rein hier und rüber. Okay. Das hat wehgetan. Unidentifiziertes Signal in der Nähe. What? Hilfe. Wie? Hilfe! Ja, 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 zum Südpol. Ich weiß doch. Wo ist denn der Südpol? Bin ich da etwa gerade auf dem Weg hin? Alter, was geht denn hier ab? Ich werde beklangt. Na, was heißt Wurst? Guck dir das mal an, da. Esmeralda. Und hier scheint der Stromgeber dafür zu sein. Okay. Das ist ja schon mal ziemlich geil, dass man hier so rumhüpfen kann, wie man möchte. Mehr oder weniger. Man muss natürlich auch mal aufhören. Ah, sein Boost achten. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Shit. So. War mir entdeckt. Sauerstofftank aufgefüllt. Was ist das? Geht es allen gut? Niemand wurde beim Aufschlag der Color Orange Erwendungskapsel Color ernsthaft verletzt. Alter, du hast den spitze Klammer zu vergessen. Wir hatten sehr viel Glück. Da sind zumindest gute Neuigkeiten. Wissen wir etwas von Rettungskapsel 2 oder Rettungskapsel 3? Nein, ich konnte keinen Kontakt herstellen. Mit meiner Ausrüstung empfange ich aber die Notrufsignale der anderen Rettungskapseln. Das bedeutet, dass die Kapseln noch intakt sind. Das heißt also, unsere werten Bauarbeiter, genau die Antwort ist 42. Die sind also hier abgestürzt und haben wohl erst mal den Text, sag ich schon. Die haben ja gar nicht wirklich anfangen können zu bauen. Ich werde sie weiter anfunken, okay? Hab Dank. Können wir... Touch. Der Mond nähert sich wieder. Schnell, haltet euch irgendwo fest. Der Vulkanmond ist zurückgekehrt. Äh. Passt auf fallende Asche und Geröll auf. Ich glaube, der Mond ist vorübergezogen. Der Planet scheint sich nicht gerade über Besucher zu freuen. Auf seiner Oberfläche sind wir alles andere als willkommen. Wir müssen schnell eine Zuflucht finden. Der Vulkanmond wird nicht lange fernbleiben. Ich habe mehrere vielversprechende Stellen unter der Oberfläche gefunden. Aber wir müssen eine Vorrichtung bauen, damit alle sicher hinunterklettern können. Vielleicht können wir Podeste bauen? Naja, okay, wir sind am Ende. Ich auch. Schießnock aktualisiert. Da oben ist doch was. Da kommen wir doch rein. Oh, mein Geckbo. Ah, so. Okay. Äh. Äh, Sauerstoff wäre dann demnächst mal wieder schön, wenn wir... So. Irgendwie. Da, 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 da. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, Hosenknopf, würde ich da mal sagen, Freunde. Oh, bing, du. Okay, immerhin. Yo. Ich begrüße euch heute Abend recht herzlich zur Lesung von Outer Wilds. Externe Umgebung wird überprüft. Warte mal, wie viele sind das denn? Okay. Drei, vier. Okay, das geht ja noch. Externe Umgebung wird überprüft. Überprüfung abgeschlossen. Minimale strukturelle Schäden festgestellt. Abschnitt mit atembarer Luft gefunden. Ähm, adäquate... ...Warte Sonnenquelle entdeckt. Äh, Beurteilung bewohnbar. Kollision steht unmittelbar bevor. Beinhaltet, äh, Bereithalten für den... ...Pumprall. Starte Rettungskapsel 3, Starte Rettungskammer... ...Wert gestartet. Äh, lass Fluglog anfangen. Rettungskapsel 1, äh, Gefährt wurde tödlich verwundet. Notfallsequenz aktiviert. Erwartet Abflug vom Gerät. Das heißt, es sind nur noch zwei Kapseln übrig, ja? Tja. Da ist auch noch was. Ach, die können wir da oben wieder reintun. Pass auf. So. Tja. Shit. Ich hätte... Ich wollte eigentlich auch da lesen, was da auf der Tür stand. Okay, das war, ähm... Unbeabsichtigt, Freunde. Das war unbeabsichtigt. Ich wollte hier nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ist eigentlich nicht so ganz meine Art. Boah. Alter. Was? Nicht jetzt. Och, echt. Ich will zu meinem Schiff zurück. Schiff zurück. Schiff zurück. Was passiert, wenn wir da so reinstürzen? Puh. Jo, 31 Kilometer vom Schiff weg. Das ist eine sehr gute Sache. Also, jetzt schauen wir mal, dass wir hier wieder reinkommen. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf hier. Das schaffen wir. Außerdem düst du hier noch auch was rum. Wissen du. Hier, the white hole. The black hole and the white hole. And the whole hole and the whole hole. And the black hole and the white hole. Nix da. Ähm. Freunde. Scheiße. Wir kommen da nicht mehr zurück. Wir sind 31 Kilometer von unserem Schiff entfernt. So, dann können wir ja auch mal gucken, weil es hier so alles geht. La 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 la. Wie schnell können wir eigentlich werden? Ich meine, was bin ich hier eigentlich am jammern? Wir haben doch eine kontinuierliche Beschleunigung hinbekommen. Was ist das denn alles hier? Dann bestünde ja eventuell sogar die Möglichkeit, dass wir rasend schnell da ankommen, wo wir hinwollen. So gehe ich ja auch rasend schnell hier andauernd gegen irgendwas dötz. Und von daher, die Hoffnung besteht, Freunde. Das ist das Ding von eben, ne? Mhm. Das ist sehr beruhigend bei dem Fjord. Und so. Aber der Eindringling kommt auf uns zu. Das ist gut. Drei Minuten Sauerstoff verbleibend. Das ist gut. Das schaffen wir. Wir haben vulkanische Meditation geübt. Das ist gut. Treibstoffmenge Untergrenzwert, Freunde Er hat uns aber auch nichts zu sagen Rettungskapsel 1 Hör sie In 20 Kilometern Ich komme Ich bin unterwegs Unbekannt Aber das ist Holzkamin Keine Ahnung Gut, das leuchtet noch ein Rettungskapsel Aber war die 1 nicht irgendwie ziemlich verschollen gegangen 60 Sekunden Sommerstauber Voll cool Alter Falter Was für ein Game Ist schon geil Also irgendwie hat's was Ende Ja Weniger lamentieren, mehr handeln Ich habe gehandelt Hast du auch gesehen? Ich bin da voll rein Ich bin da voll rein Hey Guten Morgen Und witzigerweise Knallt das blaue Ding da oben Ja immer wieder Gegen diese Strukturen Das ist ja wirklich seit Anbeginn genauso Und das ist echt geil So, jetzt haben wir da ein Raumschiff Das ich nicht vernünftig fliegen kann Wir haben Aufgaben, die ich nicht verstehe Wir haben Dinge Die sich mir einfach nicht erschließen Mag es am Alter Oder an meiner Müdigkeit liegen Aber Naja Es ist ein ziemlich Schräges Stück Software Das wir hier haben Ich habe Bock auf noch ein bisschen Ich würde sagen Wir machen noch so ein halbes Stündchen Irgendwie so bis 11 Und ja Endgültiges Fazit Wird es von mir nicht geben Dafür ist es einfach zu Abgedreht Am Anfang habe ich wirklich gedacht Ich bin hier im Ponyhof gelandet Und jetzt bin ich auf einmal Alleine Das ist auch schon ziemlich cool Also Ich muss hier nicht mehr großartig Irgendwie im Gesetz zählen Und Naja Bin jetzt auf mich selbst gestellt Mein Bordcomputer Sagt mir ab und zu mal So ein bisschen was Hier Oh, guck mal Da haben wir wieder neuen Kram Und das obwohl wir tot waren Also Auch tot geblieben sind eigentlich, ne Es schließt sich alles Noch nicht so ganz Aber man kann es ja wirklich Total locker nehmen Also man hat ja Wir haben ja überhaupt keine Nachteile Durch unseren Tod Oder sowas Dauert dann halt Vielleicht mal ein bisschen Bis dann endlich der Sauerstoff Durch ist Aber Das ist alles kaputt Und bröckelig Kaputt Bröckelig Ja, düsen wir da nochmal hin, ne Also Ziemlich geil Schubiduben So, mal auf die Karte gucken Ach nee, das war jetzt nicht die Karte Der gute bröckelig Krater Ja Meinst du wirklich Ich sollte Türen erst lesen Und dann sprengen Ich werde mein Bestes geben Lieber Kadave Aber du kennst mich Schon etwas länger Die Hoffnung Die ist echt übel Aber man gibt's ja nicht auf Also ich meine Die Chancen sind schlecht Aber man gibt die Hoffnung nie auf Nicht mal Warum denn jetzt schon wieder Autopilot beendet Wir sind doch noch nicht Am, am Gegrümmel hier Freund Doch, jetzt sind wir Bröckelig Krater Guck mal, was wir da unten haben Boah Da ist es aber nicht gerade Oh, hier schlägt aber Mächtig was drauf ein, ne Was ist denn hier Wo sind Bäume Uh, ein bisschen unsanft Aber Guck Gelandet So Muss das sein Braucht man Aufzug Äh Anzug Ja, nehmen wir mal mit, ne Haben wir immer den Scouter Mann Lange Frau Wie auch immer Unidentifizierbares Signal In der Nähe So anders Waren wir hier nicht schon Naja Boah Ist ja wieder auf Extinction Alter Nur ohne Was Ist jetzt Ey, wieso ist denn jetzt Mein Raumschiff da oben Finde ich jetzt nicht lustig Freunde Türen erst lesen Dann sprengen Wir probieren's Unter deinen Füßen Ruht der Turm Der Quantumweisheit Bereitest du dich Auf deine erste Pilgerreise Zum Quantummond vor Dann steige diese Treppen Hinunter zum Eingang Das Wissen, das du dort Finden wirst Wird dir auf deiner Reise Weiterhelfen Schön Da jetzt auch nochmal Was führt zum Lesen Bevor wir's sprengen Die Bäume Bewegen sich Die Bäume in diesem Hain Wandern frei umher Die ganze Pflanze Mit Wurzeln Und allem drum und dran Das ist Nicht Normal Selbst für So einen Fremdartigen Planeten Und ich hab noch nie gesehen Wie sie sich bewegen Ist das die Möglichkeit Falls irgendjemand Zeuge Dieser verstörenden Verhalten Das Verhaltens wird Zeichnet unbedingt eure Beobachtungen Hier auf Entweder Sie sind das Sehr andersartige Bäume Oder Mein Verstand Spielt mir Streicher Das sind bestimmt keine Bäume Das sind bestimmt Wanderbäume Ich kenn die nur noch nicht Plamm hat recht Die Bäume bewegen sich Tatsächlich Ich gebe zu Mir fiel es erst auf Nachdem ich seine Notiz gelesen hatte Ja ja Vielleicht auch irgendwie Sowas wie eine Selbsterfüllende Prophezeiung Ne Oh oh Und das sind Nicht nur die Bäume In diesem Gebiet Gibt es auch noch Andere Materie Zum Beispiel Diese ungewöhnlichen Felsbrocken Die sich ebenso Geheimnisvoll bewegen Der Felsen ist Ähm Noch aus Einem anderen Grund Ungewöhnlich Touch Seine Farbe Ähm Und Oberflächen Beschaffenheit Habe ich Noch nirgendwo sonst Auf diesem Planeten Gesehen Okay Alter Hypothese Die Gegenwart Der Felsbrocken Ist von Bedeutung Wir sollten ihn Untersuchen Kann es sein Dass er Die Bewegung Der anderen Objekte In diesem Gebiet Verursacht Das wäre Die Möglichkeit Wurde drauf Oder was Oder wie Entferne Codex So Warum haben wir Den jetzt entfernt Bestimmt Weil wir den Irgendwo anders Einsetzen sollen Oder Da oben Vielleicht Auf diesem Auswuchs Wir sind jetzt Ach Guten Tag Jetzt hockt er Da unten Das Gehaut Komm ich denn da Neu Ah Ungefähr so Echt Könnte ich da noch Was lesen Wo 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 Kann man noch den Kodex fallen lassen habe ich jetzt eben ein paar mal gesehen Anlassen Anlassen Kodex Möchte ich aber gar nicht Dann wollen wir mal da runter Ich habe Panik Ich habe Panik Es ist blöd dass die mir andauernd vorschlägt dass ich den Kodex fallen lassen soll Ich mache das gleich auch noch verstehst du Okay 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 Wir gehen dann mal hier runter Eiei 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 Was Okay Ja Schön Im Innenbereich Abzweigungen mit Bimomat Ist wahrscheinlich an die Oberfläche Bimomat aus Bimomat in die andere Richtung kann das sein Bimomat nach oben Ja 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 das ist ein Aufzug und die Steuerung daneben Na ja klar lassen wir die Kodex fallen Besitzermodul ausrüsten Das südliche Observatorium Süden 550 Meter Eingang zum Turm der Quantenweisheit 90 Meter nach unten Ja Fallen lassen Kodex Ich mache das jetzt mal Bimomat Okay Hier liegt irgendwer Ach guck mal Hier können wir auch Bimomaten irgendwie zämmen Zu mir und da weg So viele Wege Und so wenig Entscheidungskraft von eurem alten Sack hier Will nach Hause Also 90 Meter nach unten War dann Hier drüber zu steuern Hier haben wir also Ach überall so Steuerungsdinge Transportsysteme Noch ein Kodex Sei hier herzlichst willkommen Über dir thront der Turm der Quantenweisheit Ja dann Begibst du dich auf deine erste Pilgerreise zum Quantenmond Dann erklimme diese Stufen Und erlange das höchste Wissen Welches dir auf deiner Reise Sehr dienlich sein wird Das stimmt wohl Wird bereits gehalten Kodex Kaputte Wand Da kommen wir her Direkt unter uns ist die Singularität Oder das Wurmloch Oder was auch immer Hier könnten wir wieder reisen Die Kreuzung Außen 190 Meter Okay Es ist sehr schlimm die Stufen Ich darf nicht weiter Es geht nur von hier So abgedreht Ähm Hier auf dem Gebiet Können wir einfach an der Wand klagen Obwohl hier keins Von diesen komischen Kristallen ist Diese Wand leuchtet auch so komisch Ist schon krass Alter ist das krass Wir haben noch drei Minuten Sauerstoff Ich würde sagen die nutzen wir Um auf diese Sonde zuzurasen Wie Jig? Ne Quark Für die gemütliche Verabschiedung Weil Poch A little bit much Für Euren alten Sack Nein Scherz Ähm Tja Ich kann es nicht zuordnen Jetzt so in der letzten Stunde Hat sich wirklich Ich würde sagen So ein bisschen was rauskristallisiert Dass das Spiel ziemlich geil ist Wir haben halt eine begrenzte Zeit Wir müssen auf diesen komischen Planeten hier Ähm Herausfinden Um was es geht Unser Wissen bleibt zum Glück erhalten Und äh Naja Pfff Jetzt wo wir hier nicht mal an der Hand gehalten werden Und so Ah und hi Und ähm Zwanghaft komisch sein muss Und so Ähm Ist das eigentlich Ein recht interessantes Game Wie gesagt Ich hatte eine andere Vorstellung Und äh Die Beschreibung kam so ein bisschen anders rüber Da habe ich mir halt andere Ähm Gedanken oder Vorstellungen gemacht Und die sind auf keinen Fall erfüllt worden Deswegen bin ich halt auch nicht Begeistert Sondern äh Einfach nur super interessiert Super interessant Ich habe dem jetzt mal eine Chance gegeben Ich meine Schon eine harte Chance Zwei Stunden spielen Um dann überhaupt so ein bisschen drauf zu kommen Zu sagen Okay Hm Was ganz anderes Wir sind jetzt endlich frei Wenn die mich jetzt weiter hier an der Hand Durch den Ponyhof geführt hätten Dann Weiß ich nicht Ob ich überhaupt noch länger gespielt hätte Weil Das ist dann doch ein bisschen nervig Tja Was soll ich sagen Also Outdoor war jetzt ziemlich interessant Wenn man da so die erste Stunde Die ersten 80 Minuten eventuell Also einfach über sich ergehen lässt Und Oder halt einfach ganz schnell Erstmal den Code besorgt Damit man loslegen kann Aber dann Ist es eigentlich recht interessant Wir müssen hier Auf uns selbst gestellt Versuchen herauszufinden Was hier überhaupt los ist Unglaublich Keiner Countdown Noch 60 Sekunden ihr Lieben Ja was soll ich sagen Also ich Bedanke mich fürs Reinschauen Ich bedanke mich fürs dabei sein Danke für den Support Und besonders an Kadaver Und unseren NoBart Kreativ nochmal danke für Den hier Piep 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 Ach ihr Lieben Ich hoffe ihr hattet Einen einigermaßen Vernünftig Ruhigen Oder wie auch immer Betrunkenen Feiertag Und nun bleibt mir nur noch zu sagen Passt auf euch auf Gehabt euch wohl Ich bin tot Euer John Diefohl Bis dann Tschüss ihr Lieben Tschüss Macht's gut Alle wieder Tschüss Schlaft gut Träumt süß Und ich würde sagen Die Tagesschau Auf jeden Fall noch Meine Outer Wilds rein Ist verdammt interessant Auch wie gesagt Wenn es mich so ein bisschen Die Die Ihr wisst schon Ihr habt es ja mitbekommen Ich habe mehrmals erwähnt Dass ich ja jetzt So ein bisschen Das müssen wir uns weiter angucken Naja Gut In diesem Sinne Schlaft gut Tschüss 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 Tschüss